Ohne Wasser würde es kein Leben auf unserer Erde geben. Wir brauchen Wasser zum Kochen, Waschen und natürlich zum Trinken. Unsere Pflanzen und Tiere brauchen Wasser, um zu leben. Auch Fabriken brauchen Wasser, um Kleidung, Essen und alles Mögliche herzustellen. Auch in unserem Körper hat Wasser verschiedene Aufgaben. Besonders wichtig ist es für unsere Nieren und unser Gehirn. Die Nieren können dadurch giftige Stoffe aus unserem Körper schwemmen. Das Gehirn braucht es, um zu funktionieren. Außerdem besteht auch unser Blut zum größten Teil aus Wasser. Es verteilt die Nährstoffe im Körper und versorgt so unsere Organe damit. Deshalb müssen wir jeden Tag genug Wasser trinken. Denn unser Körper verliert auch Wasser. Zum Beispiel wenn wir auf Toilette gehen oder schwitzen. Ohne Wasser zu trinken, kann ein Mensch nur zwei Tage überleben. Kinder brauchen pro Tag 1 bis 2 Liter, Erwachsene 2 bis 3 Liter Wasser. Das Problem ist nur, dass auf der Erde immer mehr Wasser verschwendet oder verschmutzt wird. So wird das Trinkwasser immer weniger. Einmal verschmutztes Wasser kann nicht wie der zu Trinkwasser werden. Deshalb müssen wir alle Wasser sparen und sauber halten. Eingieße die Blumen, indem du Regenwasser sammelst und damit gießt. Zwei Nutze Wasser zweimal, wenn du in der Küche Gemüse wäschst, kannst du danach auch damit die Blumen gießen. Drei Verschwende kein Papier, denn die Herstellung braucht viel Wasser. Vier Gehe vorsichtig mit Dingen und Kleidung um. Auch für deren Herstellung braucht man Wasser. Ohne Wasser würde es kein Leben auf unserer Erde geben. Wir brauchen Wasser zum Kochen, Waschen und natürlich zum Trinken. Unsere Pflanzen und Tiere brauchen Wasser, um zu leben. Auch Fabriken brauchen Wasser, um Kleidung, Essen und alles Mögliche herzustellen. Auch in unserem Körper hat Wasser verschiedene Aufgaben. Besonders wichtig ist es für unsere Nieren und unser Gehirn. Die Nieren können dadurch giftige Stoffe aus unserem Körper schwemmen. Das Gehirn braucht es, um zu funktionieren. Außerdem besteht auch unser Blut zum größten Teil aus Wasser. Es verteilt die Nährstoffe im Körper und versorgt so unsere Organe damit. Deshalb müssen wir jeden Tag genug Wasser trinken. Denn unser Körper verliert auch Wasser. Zum Beispiel, wenn wir auf Toilette gehen oder schwitzen. Ohne Wasser zu trinken, kann ein Mensch nur zwei Tage überleben. Kinder brauchen pro Tag 1 bis 2 Liter, Erwachsene 2 bis 3 Liter Wasser. Das Problem ist nur, dass auf der Erde immer mehr Wasser verschwendet oder verschmutzt wird. So wird das Trinkwasser immer weniger. Einmal verschmutztes Wasser kann nicht wie, der zu Trinkwasser werden. Deshalb müssen wir alle Wasser sparen und sauber halten. Eingieße die Blumen, indem du Regenwasser sammelst und damit gießt. Zwei Nutze Wasser zweimal, wenn du in der Küche Gemüse wäschst, kannst du danach auch damit die Blumen gießen. Drei Verschwende kein Papier, denn die Herstellung braucht viel Wasser. Vier Gehe vorsichtig mit Dingen und Kleidung um. Auch für deren Herstellung braucht man Wasser. Der Text handelt von der Bedeutung von Wasser für das Leben auf der Erde und erklärt, warum Wasser für Menschen, Tiere, Pflanzen und sogar Fabriken unverzichtbar ist. Er betont die vielfältigen Aufgaben des Wassers, sowohl in der Natur als auch im menschlichen Körper. Der Autor macht darauf aufmerksam, dass Wasser nicht nur für das Trinken, Kochen und Waschen wichtig ist, sondern auch für die Produktion von Kleidung und Lebensmitteln in Fabriken benötigt wird. Der Text hebt hervor, dass Pflanzen, Tiere und der menschliche Körper auf Wasser angewiesen sind, um zu überleben und ordnungsgemäß zu funktionieren. Besonderes Augenmerk wird auf die Rolle des Wassers im menschlichen Körper gelegt, insbesondere auf die Nieren, das Gehirn und das Blut. Der Autor erklärt, dass das Trinken von ausreichend Wasser entscheidend ist, da der Körper täglich Wasser verliert, beispielsweise durch Toilettengänge oder Schwitzen. Der Text sensibilisiert auch für die Problematik der Wasserverschwendung und Verschmutzung auf der Erde. Es wird betont, dass verschmutztes Wasser nicht einfach wieder zu Trinkwasser gemacht werden kann. Daher ruft der Autor dazu auf, Wasser zu sparen und es sauber zu halten. Abschließend gibt der Text praktische Tipps, wie man im Alltag Wasser sparen kann, durch das Sammeln von Regenwasser für das Gießen von Blumen oder die Mehrfachverwendung von Wasser in der Küche. Insgesamt betont der Text die lebenswichtige Rolle des Wassers für alle Lebewesen und appelliert an die Notwendigkeit, verantwortungsbewusst mit diesem kostbaren Gut umzugehen. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Der Text handelt von der Bedeutung von Wasser für das Leben auf der Erde und erklärt, warum Wasser für Menschen, Tiere, Pflanzen und sogar Fabriken unverzichtbar ist. Er betont die vielfältigen Aufgaben des Wassers, sowohl in der Natur als auch im menschlichen Körper. Der Autor macht darauf aufmerksam, dass Wasser nicht nur für das Trinken, Kochen und Waschen wichtig ist, sondern auch für die Produktion von Kleidung und Lebensmitteln in Fabriken benötigt wird. Der Text hebt hervor, dass Pflanzen, Tiere und der menschliche Körper auf Wasser angewiesen sind, um zu überleben und ordnungsgemäß zu funktionieren. Besonderes Augenmerk wird auf die Rolle des Wassers im menschlichen Körper gelegt, insbesondere auf die Nieren, das Gehirn und das Blut. Der Autor erklärt, dass das Trinken von ausreichend Wasser entscheidend ist, da der Körper täglich Wasser verliert, beispielsweise durch Toilettengänge oder Schwitzen. Der Text sensibilisiert auch für die Problematik der Wasserverschwendung und Verschmutzung auf der Erde. Es wird betont, dass verschmutztes Wasser nicht einfach wieder zu Trinkwasser gemacht werden kann. Daher ruft der Autor dazu auf, Wasser zu sparen und es sauber zu halten. Abschließend gibt der Text praktische Tipps, wie man im Alltag Wasser sparen kann, durch das Sammeln von Regenwasser für das Gießen von Blumen oder die Mehrfachverwendung von Wasser in der Küche. Insgesamt betont der Text die lebenswichtige Rolle des Wassers für alle Lebewesen und appelliert an die Notwendigkeit, verantwortungsbewusst mit diesem kostbaren Gut umzugehen. Untertitelung des ZDF, 2020